so leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge aufnahme wir wurden ja leider hoch teleportiert von ein austen von einem ausschlochen admin der keine eier hat in der hose wasser geschmissen dieser dummkopf und das ist er mit meinem kumpel und jetzt muss ich den weg von hier oben nach unten laufen wegen den ein ausloch das atmen oder supporter und er kann trotzdem fahrrad sparen aha geht ja doch was sollten das jetzt schon wieder diese fakten also weiß was passiert ist hat mit zeigte ich wenn da ja hast oder haben sie kann immer noch wir müssen den chef anschreiben den owner und server da kann uns helfen ach so ne ich bin hier runter gesprungen auch so hier bin ich runter geklatscht kommt einfach runterlaufen aber ohne rutschen er hat nicht so aber doch ein jungs also jungs jetzt müssen sie leider wieder von oben laufen warum wenn einer stirbt dann müsst ihr wieder von oben laufen ja ja nä so ist das spiel sorry hallo dann nennen uns die spielregeln die spielregeln sind wenn einer stirbt lauf der wieder von oben doch nie bitte lass doch so können sie mal kumpe wenigstens helfen bitte wie weit soll das spielchen hier hallo bin nur noch tot ins wenn sie was soll das spielchen hier noch mal mehr viel spiel genervt gerade ja und bodycam läuft ja bei mir ja bei mir auch man sieht ja alles in der aufnahme ja jetzt den offiziellen weg hier mit duft oder ich geh kurz den weg lang so nun so ein wichser können wir die füße lecken dachte eier eier ja den fick ich und zwar von hinten ich spring jetzt so runter ist mir jetzt egal kommst du mit ja tschüss tschüss m nicht runterspringen ha warum nicht das stimmt spielregeln gilt ich nein können sie bitte mann zeigen sie sich bitte ich geh jetzt ok aber ich spring nicht runter ja ich springe ja wohl runter der kann mich nicht aufhalten also nicht machen soll fast nicht mal gucken ob er mich hat mich teleportiert da aus märz kurz ein an eck doch meine eier ja mal mehr den zählen ja das ist dumme nutten so ne da kann mir nicht sagen was ich machen soll was nicht Nö. Ich bin gerade runtergesprungen. Hab's gesehen. Der kleine Wurr. Dachte der Nutzer. Können wir dir wieder seinen Schwanz lecken. Voll lecken. Nö. So Freunde, ich rede jetzt mal mit meiner echten Stimme. Ich konnte meine Stimme ganz einfach stellen. Der blöde Atmen will mir nicht helfen, der Huresohn. Lololololo. Heute schöne Zettung, gell? Ui, schön sprrrr. Lass uns jetzt ausbluten lassen, oder was? Wie ne Ahnung. Der ist noch bei mir in der Nähe. Hab ihn gehört. Oh, sein Comment war zu langsam. Ach. Und wieder nach oben. Natürlich. Mensch. Das geht mir auf die Nerven hier. Dachte auf die Eier. Zoll in die Scheiße hier. Lass uns jetzt sofort, ey. Geh mich nicht beschweren. Bei der Suppe. Stopp. Ich spring jetzt noch einmal. Ist mir egal, was er sagt. Er kann mich mal im Arsch lecken. Oh, ich leck mich. Ich bin wirklich fast tot. Und tot. Der gesagt, wenn einer stirbt, laufen alle nochmal neu. Mensch. Mensch. Man es nervt. So kann man keinen AP spielen. Nee. Nervt. Na, wie war's? Wenn einer stirbt, muss die anderen wieder oben laufen. Herr Schnürschuh. Du läufst von oben jetzt. Ach, kannst mich mal im Arsch lecken. Komm mal her, wenn du dich draus. Wir machen eins gegen eins. Da verreckst du. Das spür ich dir. Ja, ja. Das wird nicht runter. Es nervt langsam. Der Pisser. Wart ja, kannst du was anderes sagen? Außer ja. Ich weiß nur, dass ich gleich... Was reicht's? Ich dachte, langsam geht's ein. Kotz einen an. Kommt doch noch weiter oder kommt dann nix mehr? Kann man auch gleich beschweren gehen. Ist mir egal. Weiter super. Super. Sehr ehre Karriere. Mir ist sehr egal. Ich bin tot. Guck mal, Schmicher. Hey. Dreckserver. Ja. Das ist eine coole Folge für YouTube. Ja. Jetzt packen wir es ab. Joghurt schmeckt. Yes. Noch einmal um das Preis heute die Nummer hoch. Und die Eier lecken. Eier. Ach, wie war dat? Ich dachte, sie holt mich nicht nochmal hoch. Wie war dat? Komisch. Ich lieg immer noch tot. Ich bin das hier unten jetzt. Was ist das überhaupt? Irgendeiner Plattform gelandet. Mann, lass uns da mal wieder runter. Mensch, da kann man doch nicht spielen hier gescheit. Sag ihn, ich bin noch tot. Ja, und was mit meinem Kollege? Mensch. Das nervt. Dein Kollege ist echt egal. Wurde er gleich sagen. Ich höre nichts von dem. Oh nein. Ah. Huuu. Ei. Reden kann er nicht? Ich habe ihn nicht gehört, die Meister. Dann tun wir uns schon anscheinend. Ah, ja. Ich dachte, der geht jetzt weg. Und wir sind dafür nicht sterben. Bäh. Du. So ein Wichser. So ein Hund. Geht immer noch her. Mensch. Also Eier. Zeit ist es geht. Ich hab nicht den ganzen Abend Zeit hier. Eier. Echt? Was vernünftige, dass wir scheiß machen hier. Dann dürfen wir nie genervt werden hier. Mit der von Abgeil in der GRP zu spielen. Mit ihm auch noch Geduld haben, ey. Ja. Sagen Sie uns überschreiben, wenn Sie die sind. Oh, da mache ich so lange Pause. Oh. Ja, und denn? Na, sterben lassen. Richtig, ich bin nicht mehr. Na, da sind wir wie... So, da sind wir wenigstens unten. Wenn wir 20 Minuten ausbluten. Na, wenn die ist so weit überblassen. Ich bin ganz auf die Nerven gehen damit. Kann auch noch nicht, das Drecksatmen. Was wir nach unten bringen, hier. Dammte Scheiße. Scheint er noch da zu sein, sonst rede ich noch nicht. Er ist wahrscheinlich noch da. Taubstum, aber eher wahrscheinlich. Ah. Nee, ich sehe keinen zumindest. Hör auch keinen. Na, der Atman kann ja unsichtbar sein und reden. Ich will mir nicht. Leider. Also noch der auch über. Ah, der hat da aber hört uns. Wie wir uns ein zum Ficken machen. Scheint er lasse ich gerade über, weil ich nicht runterlause dürfen. Ja, so ja. 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 Ja, Habit. Überhaupt nicht lustig. Oh, hey. Aua. Hey, hui. Glatsch. Ach, hat mich schon wieder hochgeholt. Oder was? Mann, haben die keine, haben die Langeweile, die Scheiße Edmonds. Ja. Die Eier, die Eier, äh, Nutten, Söhne. Das war die Milchschnitte. Ui, Milchschnitte. Es. Es. Luis ist heute dünner gegessen, weißt du, was ich geschrieben hab? Pass auf, dass du nicht dick wirst, wenn du zu viel dünner isst. Er hat sich tot gelacht. Die Kleine. Ja. Lalalalalala. Sex Admin. Oh, steh auf. Wow. Ach, scheiße, dachte du ist. Warte, steh auf. Scheiße. Ach, jetzt steht dat. Mann, das nervt. Das fackt einfach nur ab, weißt du, was soll denn, das machen sie ja aber im Bescheid. Gebe doch nach unten. Na, kann uns auch nicht, weil er keine Eier hat. Aber T-Bündinger kann auch unsere da hat. Ja. Aber kein Autospaar oder was. Oh, Mann. Nee, neben meinem Fahrrad oder so was. Ja, ich war auch schon mal Admin auf meinem eigenen Server. Ja, Hutschrauber oder so was. Ja, schön, dass du das heute, gell? für den Sonnenuntergang anzugucken so ein Wichser kann ich mal die Füße gewissen ja geil das habe ich wegen ihm gemacht ach so das ist an ihn gerichtet schön abgeschissen hier oh puh stinkt das Datmin hat zu viel geschissen ja zu viel Bohnen gab es heute wieder von dem Kleen Uich Bohnen Sohne ich super geht's heute klatsch ja ich hab den Stein mitgenommen hier warum noch ist das langweilig wetten wir mir verrecken hier holt er uns da noch mal hoch ja mach das wahrscheinlich 20 Tonnen mal gefühlt es lohnen sie sind oh nein oh oh hihihi hahaha hahaha oh jetzt ist alles aufs Bodycam ahaha Spannslutsche kam nicht gelern sein Spacko das ist doch der Petro Da wird doch heute, da wird... Er wird eigentlich kündig werden. Ja, ja, glaub schon. Er freut mich, wir sind ein Pflaster haben. Das muss man nicht gleich uns wegkramieren, wie so ein Pflaster. Ja. Das war ab. Das war der Magic. Das war ich aber nicht, das war echt der Magic. Das war der Magic. Klatsch. Lappen. Ey, warum brennt der? Da brennt's, Feuer! Feuer! Das ist dein scheiß Problem. Scheiß Melk. Ja. Du mal nur so und fick deine Mutter. Oh, Mams. Da wird sich gleich freuen, wenn ich dazu komme. Oh, ihr fickt. Na, was ist denn der Magic? Da hinten. Motor ist aus. Was ist das los, Alter? Hallo, ich weiß nicht, das war das Scheiß-Medic. Sag mal, hakt's doch bei euch oder hat da los. Das ist doch der Hinten. Die für die Tief. Na, komm her, der Durchbrotel. Hä, was wird zu jetzt? Äh, hä, komm! Komm, hast du Eier? Magic, ich bin kampfunfähig. Ja, tut mir aber leid. Sie schlagen gerade, uns schuldigen, sie werden... Ja, ich meine, ich sage nichts. Oh, so ein Wichser. Ich guck euch, die Gruppe, die dir gleich an, Alter. Oh, komm her, du schwarzen Lutscher. Gut bei mir, der Magic ist doch nicht. Der Nächste will auch. Lutscher! Ähm, die, ein SD bitte. Oh, da habt ihr Pussy, kack Medic. Die Medics werden gerade zusammengeschlagen, von, äh, einem Roten und auch von einem Weißen Typ. Äh, bevor dem SD. Ich kenn keinen SD. Vor dem SD. Äh, oft schlagen, hallo. Oh, wie süß! Besser heißt, da liegt der Schmutz! Da liegt der Schmutz, ne? Ja, da liegst du! Lalalalala! holen weil man nicht die war die roten haben uns zwei medics gesammelt der weiß war das und der war das der tote die 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 schönes weiter ja der auto ist kaputt Schöne Jetzt hast du keine Karren mehr Die Medics sind alle scheiße Nicht schmutzig Einer steht hinter dir der im Weißen Einer ist hier in Rot in der Fahrzeuggestrenne Äh, ja, ja, ja Ätsch Dann sind sie raus Los, Zeit ist Geld Holen sie ihn raus, holen sie ihn einfach raus Endo Endo Los, Zeit ist Geld, sonst gibt's Abmahnung Mach Eier Ja, ah, ah Steigt drauf Oh, jetzt versittert er dich Lalalalalala Das hat er nie gefangen Du Lutscher Beides los, meine Fresse, du knallst Los, knallst Steigt, du hast gehört, das war ne Das war ne Dings, Alter Der Herr, wo wollen sie eigentlich hin? Ey, dann sieh einfach die raus, die beiden Warten sie ganz kurz Sie haben kein Verständnis Ich hab schwere Arme, ja Alter, wir haben gar nicht geredet, Pussy Guck mal, sehen sie sie? Ey, wer ist ne Pussy? Ich? Ja Wollen sie jetzt mal los fahren oder wollen sie warten auf Chris gehen oder auf wen wollen sie warten? Ne Dann fahren sie mal los Ich fahr das Tanks leer Ich fahr nicht Ich fahr nicht Sie fahren ja gerade, was tun sie denn dann? Ne, der ist die Lendenbietzeit fest, das passiert Ah ja Ja, klar Doch, dann wird sie fest, dann wird sie festnehmen, ne? Dann können sie schon in der Zelle wissen Dann können sie schon in der Zelle wissen, ne? Dann werden sie in der Zelle sterben Halt deine Maul, mit dir redet keiner Lutscher Lalalalala Lutscher 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 Fick deine Mutter Ey, jetzt kam Mutti Ey, ich hör auf mich nerven Nein, nein, nein Ah, tut mir leid So, jetzt hab ich die Kollegen klaut, ne? Ja Oh, warum ist er gefesselt denn? Ey, er ist gefesselt Er ist gefesselt Oha Ja Ich will ja einen oder andere gefesselt, ne? Na, der darf man den mal hoch holen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Mitカ стенやって… Ja, hol den mal hoch – der ist ja gefesselt Ja daaame, der Ich wirst hin, ich wirst hin… nein wo bist du? Ja, du kannst nicht zu schnell rennen Jaja, halt dein Maul Hier, du wolltest schlafen, wie nicht weißt du Hoppala Ah du rennst genau zum estilo klar, da wo ich dich hou Das ist gut, dummer Lappen aber auch nichts Hihii Du kannst das auch nicht schlauern Abgeschlossen Du kannst auch nicht schlauern So scherfe Kann man die Eier küssen Ich glaub sie haben keinen Tüssel dazu Oh Junge Wichser Wichser Lalalalalala Lalalalalala Warum diskonnectest du Weiß kann Bleib stehen Bleib stehen hab ich gesagt Da fliegt da jemand Da fliegt jemand RDM Medic du Idiot Du machst jetzt doch RDM das ist VDM Oh hinten wird geschossen Ah Lalalalalala 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 Der eine darf gehauen Der eine darf gehauen Sei sie hier 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 Wichser Wichser Tralalalalala Was ich glaub ich hier nicht Tralalalalala Hahahaha Da hat den Der kann niemand rißen Oh man Ist das so peinlich ey Hahahaha 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 Jo Milla da Wanns Lutscher BAM JOOGLE Und eine Abwachtkarte JOOGLE Und da wirst du getasert So und ich kann disconnecten Ach Lalalalalala Ach ist das schön Die hab ich ja Die hab ich ja Ja komm komm zieh dich aus Zieh dich jetzt aus Hey guck ihn Nein hey Ich glaub ich Ich glaub ich drück gleich mal Ups Ups Ja wir auch Ja Mach uns jetzt Juck mich Melkt uns da Ja Fick deinen Vater Ja Und du komm her Komm du mit Lass ihn lassen Lass ihn tot Ich denk nicht Ihr wisst schon Juck uns nicht Juck uns nicht Mach ihn Die sofort Ja Die beleidiger Die beleidiger Komm jetzt geh jetzt Dann schiebe Ja dann sag wo ich lang laufen soll Komm nach hinten Wom nach hinten Na hinten Ey du was Durchführ ihn erstmal Die haben nichts Warte Warte Du mach doch trotzdem Nach hinten Jungs Warte Ja geh nur mit ihm Geh nach hinten Zieh dich aus Ja warte Ich will mal deine Eier Warte Ja warte Warte Ich hab ich Ich hab nichts da gestartet Ich geh weg Ich geh weg Ich hab gestartet Ich hab gestartet schwanzlutscher werden nicht recht bevor du mit ein kollege da knallt und sie sei nicht so frech ja wo bist du habe ich gefressen ja dann sagt er auch wenn er da auch nein 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 einfach wieder ich habe eh kein geld ich glaube ich würde mich auch einfach nur die rennen werfen ja machen wir jetzt ich glaube wir gehen mal zu super ja 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 jetzt erst mal die füße küssen Geh raus! Ich schneid ihn gleich! Geh raus! Du darfst keine Medics nennen, es ging ins Regelwerk Mann hat's nicht gehört Ey aus, jetzt Jungs, zieh das aus! Zieht dich auch aus Warte doch mal, meine Fresse! Ey, bevor ich meine langen Waffe in den Kopf schieb Ja... Ja, okay, okay, Jungs, du Hurensohn Ey, ich fick deinen Vater, was? Ich hab schon deinen Vater gefickt Ja, hier, du keiner Bastard Hier, was soll ich machen, hier? Ja, brauchst mich gar nicht schlagen Das gibt der Anzeige Du Hurensohn, ey Du Hurensohn, ich fick deinen Vater Schön für dich Dann kann er sich gleich in den Arsch rein, du Ficker Ich hab ihn schon gefickt Ja, ich hab den Karte, Lütter Da, du Arschloch, brauchst das nicht, du Pussy Hör auf, hör auf, hör auf Hör auf Hallo Pedila Heiß Pedila, hallo Guck mal, ich hab seine Freundin hingefickt Ich hab deine Mutter gefickt, guck mal hinter dir Hallo Pedila Ui, die hat echt schöne, dicke Möpse Ey, meine, geh doch weg, du Penner Und, Digga, geh, schieb dich nicht ab, Digga Ah, da hast du nicht das Regelwerk Haha, da hast du nicht das Regelwerk Du musst einmal eine Anweisung Man darf keine Medics call'n Er darf keine Medics call'n Es geht ins Regelwerk Ja, du kennst wahrscheinlich auch nicht das Regelwerk, du Idiot Dass man keine Medics call'n darf Du blöd, Mann Ohne Schussankündigung, ne? Haben's gemacht, nein Du Lutscher Ja, es blöd, Mann Nein, nicht knallen, Junge, nicht knallen, du Batsch Ah, hol die Piener zum Kopf Oh, Mann Seid ihr dumm, ey Seid echt zu blöd für gar nix, ganz ehrlich Seid echt dumm Hol die Medics, hol die Medics Medics, Medics reinkomm, Medics reinkomm Ihr seid echt dumm für irgendwas Ach der Maul Nein, 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 mein RP-Spielmeister Dann gehen wir weiter Okay, die werden direkt knallen, die werden direkt knallen Ja, wusste ich das Lutscher Ach der Maul Du blöd Hopping, hopping Falseri Halt mal deinen Mund, bitte Lennart, wo bist du? Lennart, wo bist du? Lennart, wo bist du? аша Sack sair, der Spieler steht Sackthis Wir haben zwei Geiseln, wir haben zwei Geiseln Habt die alle, haben die alle Ja, haben die alle? Ich steh ihn! Ey, wie knall ich dich ab? Ich hab jetzt nur kein Abbaser. Ich hab eine frische Nase, du Hosen und so. Gibt vielleicht eine Anzeige für die Beleidigung. Ich will deinen Vater, du Hosen und Sohn. Mh. Deine Anne, du Huren. Mh. Jungs, noch fast, die Freunde sind dann noch fertig. Find's auf. Nimmst du mit mir reden, oder sind sie nur Beleidigung? Deine Sonne karrelt ab. Punkt, will ich alle haben, Punkt, will ich alle haben. Oho. Wart. Nein, chill, 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 chill. Ich geh. Guck mal, du hast sowas so schlecht, ne? Dafür. Du bekommst einen Kopfschuss. Mhm. RDM. Hab ich also Clip. Idiot. Hör ich auf. Ups. Und seine ID hab ich auch. Ha! Welche ID hat er? So ein Spinner. Kann ich ja nachgucken, mein Clip. Oh Mann, wird dumm. Der Medic soll uns helfen. 1934 ist eine ID. Ah! Und dem Klaus, den wir geknallt hat. Ah, ah! Ja, 1934. Also 1934. Also 1934. Können wir das Fenster in Super bringen. Ciao. Auf Band? Hast du's auf Band, Ronny? Ja. Ja, ja, ja. Also, ist klar. Die haben mich ja genau ans Geilse genommen. Und... Nicht hochholen! Nicht hochholen! Nicht hochholen! Nicht hochholen! Nicht hochholen! Oh nein! Oh nein, warte! Ich klär das! Oh! Haha! Haha! SSP Jungs! VDM! VDM! Er schießt da! Jungs, Jungs, ich werde vor dir haben! Jungs, ich werde vor dir haben! Ich werde vor dir haben! Jai! Bruder, was machst du für ein RP, du dummer! Bruder, ja! Er funkt! Er funkt! Ja! Den schießt er auch! Ich glaub, der ist jetzt tot! Du, du könntest nicht funken! Batzen hören! Herr Medic! Medic! Ja, das muss ich nicht hochholen! Ich weiß nicht, mich erinnert! Na, na! Und das Wort sind da andere Typ auch! Hallo, Medic! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Beine oben! Beine, hab beide, hab beide, hab beide! Mh-hm! Hier, hab beide! Baskalle! Baskalle! Die dumm Köpfe gehen nicht mal ins Regelwerk! Hhhhh! Bis zum nächsten Mal.